Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine werden auch in Papenburg nun Friedensgebete abgehalten. Die Pfarrei St. Antonius bietet seit zwei Tagen hier vor der St. Antoniuskirche Gebete für den Frieden über die Konfessionsgrenzen hinaus an. Täglich kommen Menschen aus Papenburg und Umgebung um 19.30 Uhr hierher, um zu beten. Euer Jutz-TV-Team ist heute hier, um mit den Menschen über die Lage in der Ukraine und ihre Gefühle in der derzeitigen Situation zu sprechen. Überall in Deutschland gehen die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straßen und bringen ihren Unmut und ihre Gefühle zum Ausdruck. Und ich weiß nicht, wie es euch, wie es ihnen geht. Irgendwo hat man Pudding in den Beinen. Ich weiß auch nicht, was ihr heute Nachmittag schon gemacht habt. Ich habe auch schon drei Kinder getroffen. Aber bin auch dort im Stocken gekommen und habe gedacht, ihr, diese kleinen Kinder, das kann doch nicht sein, dass diese Kinder mal leben müssen, dass sie eine Waffe in der Hand nehmen müssen oder mit einer Waffe bedroht werden. Das kann doch nicht sein. Welche Botschaft möchten Sie mit der Teilnahme am Friedensgebet hier an der St. Antoniuskirche aussenden? Das Einzige, was ich möchte, ist einfach, dass Frieden herrschen soll und dass einfach der Krieg gestoppt wird. Und dafür stehe ich hier. Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und auch mit den Menschen, die dagegen sind, die in Russland leben. Und wie fühlen Sie sich beim Gedanken an die Situation in der Ukraine? Ich persönlich fühle mich total schlecht. Also da ich selber zum Teil Ukrainerin bin, Familie in der Ukraine habe, die da ist und nicht weiß, wie es ausgehen wird, ob sie es schaffen werden, ob der Krieg bald vorbei sein wird. Und ich persönlich bin da emotional eigentlich ziemlich fertig gewesen die letzten Tage. Einfach, weil man sich sorgt, für viele Leute ist es ja einfach, oh, da ist Krieg und Krieg in Europa, das ist schlimm. Aber bei mir ist dann auch der persönliche Bezug, wo ich dann selber einfach fertig bin. Ich bin sehr aufgewühlt und immer wieder, wenn ich mir so Horrorszenarien vorstelle, die da abgehen oder Bilder sehe, Nachrichten mir anschaue, wenn Menschen darüber sprechen, dass ihre Männer jetzt einfach in den Krieg gehen und sie eigentlich gerne weglaufen wollen würden und ich kann diesen Fluchtimpuls so gut verstehen, dann ersetze ich doch schon manchmal da und weine. Das hat mich schon sehr, das überrollt mich sehr, muss ich sagen. Im Mittelpunkt der Friedensgebete steht Pastor Woisdorf. Wofür beten Sie und die anderen Menschen hier heute? Ich bete darum, dass jeder bedenkt, dass er doch leben möchte und dass er einzieht, dass sein Leben ein Geschenk ist und dadurch eigentlich tiefer erkennt, dass das Leben aller Menschen ein Geschenk ist. Und für mich ist es dann natürlich klar, dass es letzten Endes Gott ist, der einem jeden Menschen, egal wo er wohnt, das Leben schenkt und auch begleitet. Wie positioniert sich die Pfarrei St. Antonius in dieser Situation? Wir zusammenbilden ja die Pfarrei. Das hängt auch davon. Die Pfarrei sind die einzelnen Menschen. Das sind die einzelnen Menschen, die mitmachen. Und ich denke, gerade so heute Abend wird das wohl ein bisschen spürbar, dass vielen Menschen etwas daran liegt. Aber es wird auch deutlich, dass wir uns gegenseitig helfen müssen und deutlich machen, ich kann wohl etwas machen, damit es mehr Frieden gibt. Was kann denn die Gemeinde und auch jeder Einzelne für die Menschen aus der Ukraine tun? Zunächst, dass man Frieden mit sich selbst hat. Dass man sich selbst sagt, ich bin ein wichtiger Mensch und ich möchte leben. Und dass er dann überlegt, ob er mit seinen nächsten Mitmenschen vernünftig reden kann. Ja, und auch vernünftig reden kann, auch über die Problematik in der Ukraine. Und wenn diese beiden Schritte gelingen, dann ist er auch in der Lage, den Menschen in der Ukraine zu helfen. A, indem er sich informiert und B, in diesem Falle, dass er Flüchtlinge aufnimmt und C, dass er spendet, damit gewisse Organisationen auch in Notlagen unterstützen können. In Momenten wie diesen ist Gemeinschaft besonders wichtig. Deshalb können sie täglich Gemeinschaft in den Friedensgebeten herleben, wenn sie Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine zeigen wollen. Und in my heart I do believe We shall live in peace.